2020. Zum vierzehnten Mal kämpfen zwölf Stars um die eine Krone und 100.000 Euro. Da ist doch was faul. 16.248 Kilometer entfernt von der RTL-Zentrale in Köln. Heute, am Geburtstag von Frauke Ludowich. Im chinesischen Jahr des Erdschweins. Das gehört doch nicht mit rechten Dingen zu. Das kann ich mir nicht erklären. Sechs Frauen, sechs Männer aus vier Nationen. Ich hier komme aus Ostdeutschland. Aus fünf Nationen. Da muss doch was dahinter stecken. Bisschen komisch. 16 Tage, 384 Stunden, 70 Gramm Reis und 70 Gramm Bohnen. Steckt da die Stasi oder der BND dahin? Nie war der Dschungel prominenter. Sven Ottke, das Phantom. Der ungeschlagene Weltmeister. Der ist ein heilig für ein Gerücht. Sonja Kirchberger. Die Venusfalle, die in ihr natürliches Habitat zurückkehrt. Günter Krause. Der Architekt der Einheit. Der frühere Verkehrsminister, der Dschungelkönig werden will. Deshalb habe ich extra mein Kuschelkissen mitgebracht. Und Toni trips. Ich bin's. Hallo Mama, hallo Papa, hallo Isa, hallo Oma, hallo Opa. Wake up, go. Move, move. Let's go. Sorry, shut up. Let's go. Hurry up. Yo, slowly, okay? Ich scheiß auf sie. Hallo. 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 Hey. Hey, die haben das geschafft. Uh. Ich habe noch nie unter freiem Himmel geschlafen. Ich habe einmal mit Michael gezeltet. Ist das normal, dass man auf dem Boden schläft? Ja. Ich habe Angst vor Pflanzen. Ich habe keine Angst. Was ist Angst? Diese Anastasia, das ist schon aus Prinzip, sage ich ihr kein Hallo. Ich fühle mich mit ihr. Ich weiß gar nicht, wie ich mich behagern soll. Die Daniela, die hasst mich so. Ist doch. Der Dschungel ist zurück. Ihr seid verrückt. Waghalsiger. Boah, Scheiß. Langsam, langsam. Halt. Dschungelcamp, ne? Ist ja hier ein Kindergarten. Ah. 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 Ungenießbarer. Mein Gott. So ein Stück getrackt. Ah. Schön. Ich habe gar nichts geschmeckt. Verzweifelter. Ich bin nicht wegen dem Fame hier. Ich bin wegen der Kohle hier. Ja, ja. Was soll ich machen? Der Countdown läuft. Das ist eine Schlange. Das ist eine Schlange. Was gefällt Günther besonders gut? Die Toilette. Das ist wie früher an der Täter an. Was hat Prinz Damien beim Duschen gesehen? Ich habe einen Schwanz gesehen, der war so lang. Und wer? Ja. Dani Büchner. Marco Cerullo. Anastasia Avila. Wirts. Claudia Norbert. Prinz Damien. Markus Reinecke. König. Elena Miros. Sonja Kirchberger. Tony Tripps. Oder Königin. Raoul Richter. Sven Hottke. Angela Merkel. Des Dschungels. Es wird gut auf jeden Fall. Es wird lustig. Und doch.